Der französische Präsident Emmanuel Macron will eine Koalition zur Entsendung von Militärinstruktoren in die Ukraine bilden. Einige Partner haben bereits zugestimmt, sagte Macron in Paris auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Wir sind nicht allein und werden diese Koalition in den kommenden Tagen bilden, fügte der französische Präsident hinzu, ohne zu spezifizieren, um welche Länder es sich handelt. In einigen Bereichen und unter bestimmten Bedingungen sei es effizienter und praktischer, die ukrainischen Soldaten auszubilden. Dies bedeute keine Eskalation, sagte Macron. Wenn die Ukraine uns bittet, auf ihrem souveränen Territorium mobilisierte Soldaten auszubilden, dann ist das keine Eskalation. Für die Europäer und Verbündeten ist dies nicht der Weg an die Front. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dankte Macron für die Idee, Instruktoren zu entsenden. Wir unterstützen die Initiative von Präsident Macron, Instruktoren in die Ukraine zu entsenden. Denn dies erleichtert die Ausbildung, sagte Zelensky. Die russische Botschaft in Paris reagierte sofort und erklärte, dass die Entsendung französischer Militärberater in die Ukraine sie zu legitimen Zielen mache.